Und Bruder wie findest du meine Frisur? Ach geht's so Bruder, ja? Ich find nicht so. Bleib da Junge, ja? Bleib da Alter! Bruder, sei ehrlich, wie findest du meine Haare? Warte mal, warte mal, warte mal, was ist das hier? Was ist das für ein Strich hier? Was? Was? Wie was? Warum machst du mich nervt? Ich hab noch einen Strich. Junes, chill doch mal, wir sind doch Bruder. Wie sagst du mir? Geht und jetzt machst du mich nervt oder was? Bruder komm, ich küss dein... Was redest du da? Okay Bruder, komm, Fahrer, heute alles auf mich, heute hab ich's auf mich, geh nach Fahrer, jetzt komm einfach. Ich liebe dich, Bruder, ja komm, Fahrer. Ich tue was, snap'n jetzt. Yo, yo, was geht ab, Leute? Ich bin mein Homie DJ Leslie, wir fahren jetzt ins Kino, Peace! Junge, ist das dein Ernst, Alter? Was? Was machst du mich nach jedes Mal? Bruder, hast doch mal einen Snipp, Mann! Jedes Mal, wenn ich snappen, musst du auch snappen, Alter! Ist doch egal, Mann! Was laberst du da, ja? Ja, loch weiter, Mann! Ist doch egal, scheiß drauf, loch weiter, Mann! Hör auf mich auf, Alter! Ja, was willst du von mir jetzt, Mädchen? Du warst gestern eiskalt mit einem anderen Typ unterwegs, hinter meinen Rücken. Jetzt kannst du dich verpissen, du kleine Bitch! Ciao! Hallo! Willst du mich verarschen, Mädchen? Gestern warst du bestimmt auch mit anderen Typen unterwegs, ne? Weißt du was, Mädchen? Verpiss dich, du kleine Bitch! Ciao! Really, Nigga? Junge, was machst du da? Was denn, Bruder? War dein Mädchen überhaupt mit Jungs unterwegs? Ich weiß nicht, ja, bestimmt war die mit irgendwelchen Typen unterwegs. Ey, sag mal! Hast du mich gerade wieder nachgemacht, oder was? Nein! Falsch bin ich, Junge! Nein! Hast du dich nachgemacht, ja? Oh, endlich fertig, ja? Wie sagst du, Alter? Bruder, wie findest du meine Herrle? Meine Herrle! Geh mal weg, ja? Spastisch! Das geht, und jetzt machst du nachgemacht, oder was? Sei bitte mit! Ach, mach, mach! Mensch, ja? Komm, fahr mal, jetzt, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir sind auch Rüder. Bruh! Was ist ein Spinner, ja? Ey, jetzt genau, fahr mal! Ist doch egal, ich f*** drauf. Ich wollte wie du. Weißt du? Ääh? Fahr jetzt, Bruder! Was ist dieser Strich hier? Was? Was? Du hast mich noch... Was machst du, Mann? Was ist das für ein Strich hier? Was? Wie? Was? Was? Ich muss mich verfehlen, aber das war gut. Was? Das war gut. Vielen Dank.